So Leute, kleine Info von mir, da es ja jetzt letztens wieder keine Videos gab. Zum einen bin ich nicht zum Aufnehmen gekommen, da es ein bisschen was anstand mit Schulaufgaben in der Schule. Zuerst kommt Deutsch, dann Physik, dann Mathe und Physik, Mathe. Ihr kennt das, Deutsch muss man jetzt nicht wirklich was machen, weil, naja, was kann man da schon großartig machen? Mathe und Physik jedoch muss man immer recht viel machen. Und so ging das auch für mich. Deswegen bin ich auch nicht zum Aufnehmen gekommen. Dann war auch letztens noch Geburtstagswahl von meinem Vater, weil der Geburtstag hatte und wir am Wochenende gefeiert haben. Also dieses Wochenende war das jetzt. Und diese Woche, also nicht dieses Wochenende, sondern letztes Wochenende. Und diese Woche muss ich jetzt dann mein Zimmer ausräumen. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich wie die nächsten paar Wochen eigentlich erstmal wieder keine Videos geben. Und weil ich mein Zimmer ausräumen muss, denn es wird renoviert. Also Möbel und so bleiben zwar gleich. Ich bekomme vielleicht noch einen Stuhl, wenn ich Glück habe. Aber ansonsten bleibt alles gleich. Die Farbe wird halt geändert und so weiter und so fort. Ein paar Kratzer aus der Wand raus und sowas halt. Und da werde ich auch nicht zum Aufnehmen kommen, wahrscheinlich. Wenn ich Glück habe, schon. Ich muss halt erst noch auf den Dachboden und ich weiß nicht, ob ich da meinen Computer anschließen kann. Wenn ich vielleicht habe, nicht. Wenn ich Glück habe, schon. Und selbst dann wird es ein bisschen schwer mit aufnehmen, da unser Dachbodenklinikühe besitzt. Yay. Das ist ein ziemlich assig. Ich muss auch mal schauen, wie es läuft. Also wie schon gesagt, wenn ihr Glück habt, bzw. wenn ich Glück habe, schaffe ich es dann was aufzunehmen. Und wenn nicht, dann ja, blöd gelaufen. Ich schaue, dass ich halt vielleicht noch ein paar Parts hinkriege, bevor ich auf den Dachboden muss. Und vielleicht noch wieder mal ein bisschen was mit dem Blackstack, was mit dem Flow. Denn der hat jetzt auch wieder Internet an seinem Computer, was vorher nicht der Fall war. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich dann wieder mit ihm ein bisschen was zock. Haben wir zumindest heute vor. Und ja, dann aufnehmen. Weil dann hätte ich zumindest was, was ich hochladen könnte. So, aber wird schon laufen. Irgendwie. Deswegen entschuldige ich mich nochmal bei euch, dass ich einfach nicht so hochgeladen habe. Weil, naja, keine Zeit und so. Und, tja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Übrigens, ja, ich bin ein Darksiders-Fan. Wir haben beide Teile recht gut gefallen, falls jetzt einer fragen sollte. Und den Link für das Wallpaper hier, das Wallpaper, den Wallpaper, für das Wallpaper, werde ich in die Videobeschreibung setzen. Genauso wie Links für Facebook, Twitter und, ja, eine Playlist kann ich ja nicht hören. Ne, auf jeden Fall, ja. Ich danke euch fürs Zuhören und danke euch auch, falls ihr mir da verzeiht, dass da keine Videos kamen. Bedauere ich sehr, dass da keine kamen und kann mir nichts machen. Schule halt. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen.